Zeit für ein Duell! Zeit für ein Duell! Ja, werden wir sehen. Okay, was haben wir denn jetzt? Wir haben Abhören. Ja, können wir legen. Ähm, Kettenbrummen, Lewy auch. Und Verräter-Schwerter werden wir mal setzen. Und jetzt setzen wir mal unseren Pinguin-Sedaten. So, machen wir. Was hast du schon denn? Okay. Okay. Okay, die Tomate. Mystische Tomate, ja, die kennen wir. Die kennen wir. Okay, schwarze Anhänger bringt uns zwar zurzeit gar nichts. Na gut, werden wir dann doch. Jetzt mach ich wieder dran. Ja, da waren nur zwei Karten. Okay, er opfert die. Also eine Karte. Okay, da. Für die Karte musst du eine Karte opfern, ne? Wir haben Harpin-Wisch. Ähm, wir werden das so machen. Wir werden jetzt Flipping-Win flippen. Ähm, ja, natürlich werden wir den Effekt aktivieren. Seine Karte auf die Hand packen. Und unseren Pinguin. Ähm, als Kette? Nein. So, dann werden wir Pinguin wieder setzen. Und wir bannen uns. Jetzt kann er die Karte nicht mehr spielen. Weil er, dafür muss er eine Karte opfern. Okay. Ähm, ja. Müssen wir unsere Karte wieder auf die eigene Hand packen. Aber das ist kein Problem. Dann sind wir jetzt trotzdem dran. Wir können zwar... Äh, doch, wir können angreifen. Wir haben Harpin-Wisch. Machen wir einfach mal. Zerstören seine Karte. Und legen Flammigpatschi. Mit den schwarzen... Was können wir denn hier aktivieren? Oh, wir könnten Kettenbummerer aktivieren. Ja, machen wir einfach. Wir aktivieren Kettenbummerer. Machen auch Flammigpatschi drauf. Ähm... Was ist das hier? Abhören. Nein. Und dann machen wir den schwarzen Anhänger. Auch noch auf Flammigpatschi. So, dann haben wir Flammigpatschi auf 2850. Und greifen wir erstmal an. Direkt auf Lebenspunkte, Marek. Bäm, so sieht's aus. Tja, was sagst du denn dazu? Komm, zeig mal was du kannst hier. Was sagst du? Du machst gar nichts. Okay. Du beendest den Tuch. Ja gut, wir haben... Topf der Gier. Okay. Magische Zylinder, ja. Können wir mal mitlegen. Und... Äh, ja. Pinguin-Sat, legen wir auch. Und wir greifen mit Flammigpatschi nochmal an. Direkt auf Lebenspunkte, Marek. Bäm. So. Einen Angriff und äh, du hast verloren. Jetzt muss aber was zeigen hier. Und? Eine Karte verdeckt. Und du beendest den Tuch. Okay. Hm. Wir spielen erstmal freundliche Wohltat einmal. Okay. Ähm, Armschild schmeißen weg. Und Schwerkraftbinder schmeißen wir auch weg. Wir haben einen Axträuber. Den spielen wir einfach mal. Und... Jetzt spielen wir das Horn. Auf den Axträuber rauf. Da haben wir zwei... starke Monster. Ähm, ich würde sagen, wir greifen mal mit dem Axträuber einmal direkt an. Auf die Lebenspunkte. Und... Wir gewinnen. Marek. So einfach. Marek. Wo war... Wo war denn deine Götterkarte? Hm? Hast du noch nicht mal gezeigt? Na gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch den Video und Daumen hoch, falls ihr euch gefallen habt. Abonniert den Kanal. Aktive Korrektation. Nichts mehr verpasst. Würde mich mega freuen. Und mich mit ihr gerne anschätzen. Würde mich immer... Es würde mich auch mega freuen, wenn ihr jetzt nicht mal wieder dabei seid. Wenn das heißen in weiterer Folge Jo-Jo. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich hab gesehen, du warst noch nicht aufhinein. Aber los jetzt. Ich muss glaube... Ich bin echt ein Aktienimiz gut aufhl pending. Ich bin echt beschädigter.